Und wir gehen jetzt schon mal Lobby. Ein Mic piept manchmal. Ist mir scheißegal. Ich halte jetzt alle eure Schnauzen. So, Abfahrt. Es geht los. Das Turnier geht los. Oh mein Gott. I'm so f***ing nervous, man. Und ich hoffe eigentlich nur, dass ich nicht direkt weggeknallt werde die ganze Zeit. Also ein bisschen Hype bin ich schon jetzt, muss ich sagen. Ich merke so, mein Körper bereitet sich gerade richtig vor. Hier wird nochmal gerade Energie kanalisiert. Ich bin natürlich jetzt hier auch ganz inoffiziell für Eintracht Spandau unterwegs. Sollte ich ins Finale kommen, werde ich das Finale auch im Eintracht Spandau Trikot spielen. Verträge werden gerade imaginär unterzeichnet. Alright. Erster Raid. Top Spawn. Checken wir mal Baustelle ab. Ich weiß eigentlich, ob die Leute eher laut spielen oder eher leise. Ich weiß nicht, ob die Leute eher laut stehen. Ich weiß nicht, ob die Leute eher laut stehen. Gibt das mal einen Spieler? Ich habe nur zwei Granaten. Zwei Punkte haben wir. Ja. Ja. Ah, shit. Er hat mich gehört. Naja, egal. Weiter. Nächste Runde. Ich spawn jetzt immer hier, oder was? Das ist ein Problem. Ein Turnierspieler, aber ist nochmal gut gegangen. Das ist halt so das Fiese, ne? Gibt halt noch Random Player. Ich weiß gar nicht, ob das ein Spieler war. Mit normalen Gieren, theoretisch. Kann jederzeit passieren. Dann fangen wir den von hier vorne nochmal ab. Nein, 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 ich hab mich verklickt. Ich wollte ein Propi nehmen. Ah, shit. Ich wollte erst wegsprinten, dann wollte ich ein Propi nehmen. Scheiße. Das ist so viel wert, wenn man die Spawns kind of the maps, holy shit. Ich spiele aber noch. Oder war das ein Guard? Was für ein Guard? Scheiße. Aber wir machen hier unsere Punkte. Wir machen hier unsere Punkte. Das passt schon. Alter, ich hätte gerne mal einen anderen Spawn. What the fuck? Alter, ich spawn drei Mal von vier an dieser Stelle. Versuche mal zur Gas Station zu kommen. Ey, das ist doch asozial. Das ist doch asozial. Da kommt der von hinten. Da kommt der von hinten. Ich habe ihn gehört, die ganze Zeit. Ach, Mann. Ach so. Hä? Was? Er? Hä? Was will der hier? Bringt Guards eigentlich mehr Punkte? Junge, das ist doch hier komplett rigged, Alter. Ja, der soll mal woanders hingehen. Vor allem zwei Wails in Folge ist der mir genau vor der Nase. Das habe ich noch nie gesehen. Ich habe bisher zwei Spawns gehabt. Hier und an der Brücke. Ich werde jetzt zur Tanke gehen. Und wenn Rishi jetzt an der Tanke ist, dann quitt ich das Turnier. Na klar, von der Seite. Ach komm. Ja. Das war's. Das war's für heute. Halleluja! Na ja, 10 noch gekriegt wäre gut gewesen. Eieiei! Regen! Darf ich schon raus? Also mir geht es jetzt um die Turnierregeln. Mir geht es jetzt nicht um eine Tag-Off-Regel. Mir geht es darum, darf ich jetzt rausgehen? Ist das dann ein Extract? Kriege ich dafür vier Punkte? Mir ist scheißegal, ob ich jetzt einen Tag-Off und Run-Through habe. Hier unten ist was. Es ist jetzt übrigens kein Exit-Camping. Ich sage das ganz explizit, ich warte einfach nur die Zeit ab. Ich gehe hier in 40 Sekunden raus. Also in 40 Sekunden. Alright. Sollte er gepasst haben, oder? Perfekt, survived. Wichtige Punkte. Das ist ein Problem. Ah, ich bin rausgetappt! Oh mein Gott! 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 Habe ich? Ja genau Wir sind warm Hier ist Gästen New Seek Perfekt Rausgekommen Gute Runde Wie kann ich denn immer die gleichen Spons haben? Ich dachte ich hätte gehört wie einer ins Fenster gesprungen ist Habe ich auch Scheiße Spawn auf Doom hier Buah Das ist unsere Begründung! Okay. Silent Shot abbekommen. Sechs Gaps, das sind zwölf Punkte, plus vier. Das ist okay, wieder ein bisschen was gemacht. Oh, schön. Gar keiner Bock auf Doms, ja. Oh, schön. Das war's für heute! Hier ist er! Na, was machen wir jetzt? Jetzt sitzt er da neben mir. Nimm den. Ach, hier bist du. Das waren ganz normale Spiele, Alter. Das waren zwei Stück. Und es geht wieder los. Komm her, mein Freund! Komm ran hier! Geh, geh! Ey, lass mich doch nachladen, Junge! Für die Leute, die sich wundern, warum ich keine Cam haben habe, ich habe jetzt hier nicht Pesteli einfliegen lassen und der spielt für mich. Ich bin einfach krank. Jetzt stellt euch mal vor, wie ich drauf wäre, wenn ich gesund wäre. Ey, Zimmляk! Wir strähen nicht, wir schauen hier! Digga. Wo ist die gelandet? Was war das denn? Jetzt bin ich aus dem Konzept raus. Ah, ah, bitte nicht. Ein Friendly Scav. Ach komm. Ja, was soll ich jetzt machen? Ach so, ich habe das leider zu spät gehört. Wir können gern Messern, wenn du Bock hast. Ja, ja, wirklich. Also ich würde ein Messer rausholen. Good luck, ne? Es geht doch auch nichts. Es geht ja jetzt hier nicht darum, irgendwie Millionär zu werden oder was da geil ist. Es soll ja auch Spaß machen. Es soll ja auch Spaß machen. Ich hoffe, da fühlt sich keiner von mir auf die Füße getreten. Scheiße. Ich bin hier Meister der Herzen heute, Leute. Junge, ich habe hier nichts zu verlieren. Weißt du, ich bin ja nicht so ein Zehn-Jahre-Pro. Ich habe ja nichts zu verlieren. Aber so ein reines Schwitzer-Turnier würde mir persönlich nicht so viel Spaß machen. Aber da gibt es ja trotzdem genug Leute, die sagen, hey, ich will mich jetzt mal messen. Also alles cool. So wie ich es jetzt gerade so für mich entdeckt habe, muss ich sagen, best day ever. Jetzt ist was in den Dorns? Really? Ich bin gelöscht. Ach, Mensch, ey. Immer der Gleiche. Das kann doch nicht sein. Und dann kommt einmal noch einer hinterher. Wie kann das denn sein, dass ich immer den gleichen Gegner bekomme? Alright. Was ist, wenn ich jetzt das MG benutze? Ist ja verboten wahrscheinlich. Ich habe ihn. Du bist in der Nähe, du bist in der Nähe. was ach komm ins die aller so meldo city wuschinski ist da hey lass mich doch leben mensch oh ne nicht der nein hau ab nico hier ist jemand drin hier ist jemand drin lass mich in ruhe ich bin extra sterben gegangen aber ich habe nico geholt ich habe kein healing dabei aber scheiß drauf irgendjemand ins crack kopf 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 Level 36. Ah, Mann, ey. Wusstet ihr, ich hab da jemanden gehört. Ah, nicht Sintora. So. Scheiße. Das war ein Dreierteam. War ein Drei oder Vier. Letzte Runde. Die Minuten muss ich aufpassen. Gut. GG. Kenn ich nicht. Hallo. GG. Thorax, Bauch, Strom an, raus. Ich muss auf die Zeit achten. GG. Da haben wir nochmal gut Punkte gemacht in der letzten Runde. Easy, Alter. Sehr geil. Das war nochmal, da haben wir uns nochmal mit einem Knall verabschiedet. Wer ist das? Ach, Ben & Larrys. Ah, okay. Ja, gut. Und King Beardow. Haben wir beide nochmal abgeholt. Sehr, sehr cool. Also da nochmal 24 Punkte hinterher geschoben. Damit sind wir über 200, glaube ich. Wenn ich richtig rechnen kann. Und damit sollten wir safe auch aus dem Keller raus sein. Okay, Jungs. Folgendes. Ich hatte viel Spaß. Ich hatte sehr viel Spaß bei dem Turnier. Vor allem ab dem Punkt, wo ich dann, ähm, ja, einfach mein eigenes Ding gemacht habe, sage ich jetzt mal. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Wir sehen uns. Danke fürs Zusehen auf jeden Fall. Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.